und Chemical Reaktor hast du gesagt von Tech Reborn Es gibt nämlich noch einen von Advanced Rocketry Auf jeden Fall der von Tech Reborn aber ob es der Chemical Reaktor ist bin ich mir gerade Extractor, Extractor, Compressor Chemical Reaktor von Tech Reborn bräuchte ich Inverplatten, die Kacke Die muss ich herstellen Ich bin mir sicher, dass wir den schon mal hatten Ich habe gerade rumgeschaut, ich finde ihn nicht Wie viele Ingles brauchst du davon? Zwei Stück Ich könnte sogar hinhauen Wenn du Glück hast Habe da noch Strids noch kurz? Hä? Ja ok, schwer herzustellen ist der nicht Redstone Closed Down Lapis Redstone Closed Down Lapis Redstone Closed Down Lapis Da muss ich dann wieder diese komischen Reinforced reinhauen Haben wir davon noch was? Nee Bis? Ähm Okay Kein Kommentar What? Das denke ich mir auch gerade Das reicht im Läden nicht eigentlich Dann musste man eine Slime Insel abklappern gehen Das sollte denke ich mir nicht das Problem sein Ich mache ja unbedingt diese Purple Slime Warum kriege ich nur diese Purple? Keine Ahnung, was haben wir hier für Slime Bäume? Die sind draußen Die Bäume kommen im Scheiß? Ja, da kriegst du Slime Blöcke raus Wir haben Wo sind sie denn? Purple Slime Sapling Aber ich glaube da kriegst du trotzdem nur grünes Slime Blöcke raus Ich glaube das war der Fall, ja Ich probiere es aus Wie wächst du? Auf Slime Dirt Ja, habe ich zum Glück Haben wir das? Ähm Da und zwar Ich glaube wenn das Purple Slime Dirt ist Wächst dort auch Purple Slime Baum raus Ne Es kommt auf den Sapling drauf an Blue Slime Dirt Ja Hast du doch nicht zufrieden den Purple? Ne Ich habe nur blauen Von der Ehen Insel Und der zieht? Äh selbst der? Draußen in der Kiste Stimmt das muss ich ja wieder so herstellen Das Kann ich den schneller wachsen lassen? Kann ich den schneller wachsen lassen? Das weiß ich nie Ich auch nicht Ah ja, ich brauche wieder Eisenzäune Habe ich doch erst so viele verbaut Wirk Veike Ja Was? Chlim就是 O Chlim就是 Et Chlim就是 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 Ja, da muss man so eine Insel abklappern. Sollte nicht das Problem sein. Bist du mal ein bisschen unterwegs. Findest vielleicht noch das ein oder andere. Was ich nicht will wahrscheinlich, weil es mich nicht interessiert. Das, 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 das. Wie kriegt man überhaupt diese Slimes nochmal? Warte mal. Hä, wo hab ich denn? Hä, bin ich bescheut. Ich hab doch schon eins hergestellt. Wo ist denn das? Ach, da hinten ist es. Äh, die Slimes. Ähm, musst du gucken, wo auf den Slime-Inseln hast du noch Slime-Blöcke mit dabei. Und da sind die meistens. Ich hoffe, ich konnte nämlich ein Ingrid herstellen. Das bedeutet, ich war nur noch ein von diesen scheiß Slime-Bellen. Frag mich aber nicht, wie ich an die Slime-Bolls gekommen bin. Ja, du hast ja alle Insel gedootet. Ja, da war aber auch kein pinker Slime drauf. Kann sein, dass das ein normaler Slime-Ding gedroppt hat? Äh, ich glaube, ich bin mir aber jetzt grad nicht sicher, dass, äh, wenn die diese Lila Leafs haben, dass aus den Leafs auch manchmal auch oft droppen kann. Da bin ich mir aber grad nicht sicher. Okay, das kann auch sein. Ähm, Inver. 1, 2, 3, 4... Ich brauche ein paar Platten. Hier sind keine mehr drin. Ach, die mache ich hier über die Stanze und gut. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Pisten dürfen wir noch, äh... ... ... ... ... ... ... ... Hier hat irgendjemand... Erstens, warum sind da Sherrod Briggs drin, ne? Für dein Night Slime. Ach so, und irgendeiner hat auf Sortieren geklickt, das war nicht... ...gut... ... ... ... ... in der obersten Smaus Dodge Guide, wo die Roherze drin sind. Weil ich dort die ganzen DUST Sachen mit reinmache. Unten, für... ... 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 für den elektroanalyzer auch mal ich hätte nur diesen baum häufiger abbauen müssen ja das kriegst du aus dem lief aus wie ein apfel jetzt brauche ich den extraktor da brauche ich zwei davon basic machine frame und das da haben wir das noch basic machine frame macht man aus reinforced iron wenn mich nicht alles täuscht haben wir noch 62 dann brauche ich jetzt erst mal das hier habe ich jetzt ja ja es ist auch nur dreimal ja perfekt durch 1 2 3 4 und noch mal 4 so was brauchst du eigentlich gerade? Na dein Chemical-Dings-Bops ich habe schon die zwei extraktoren die man braucht ich glaube ich sowieso sicherlich eine quest und jetzt brauche ich noch den kompressor und das ist easy also ich bin der meinung wir hatten den schon noch mal ja ja auch eine zeit lang ein elektro leiser ja der dann verkraftet wurde für was anderes wiederum oder nee war das nicht die maschine die ich abbauen durfte da ist ja nicht kaputt warte mal doch irgendwas war da ist ja schnutzpieps egal der ist gleich fertig hier fertig chemical reactor gehen wir einen schritt zur seite da ist er in ein scheiß ender icon nur da drin herstellen ja ich weiß ich brauche nämlich auch noch eins würdest du mir dann auch noch mal eins herstellen in der hole oh jup oh jetzt kommt das nächste titanium ingot nice und dann haben wir gleich das zweite power upgrade nice 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 hier daco darfst du auch eins einsetzen ich bin rechts ich bin's nice und jetzt noch die slingshot da muss bleibst jetzt auch mal bitte hier denn die muss ich dir upgrade armory das muss ich jetzt hier drin machen denn ich musste die auch gleich zuwerfen 7,5 minuten bitte was ja ach du scheiße ja dann haben wir die erste questreihe auch gleich komplett fertig mit der slingshot ja ich habe mal wieder neues essen gekriegt jetzt kann ich die kacke raus weg damit weg 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 jetzt haben wir noch zwei Pisten das 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 wir noch in das 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 ne Das müsste eigentlich easy sein. Modular Storage, wenn das die Quest dazu ist, hat die super viele Schritte. Ähm, ja, wir haben ja noch davor den Telepump und das Explosiv-Fun-Teil. Aber ich werde jetzt auf das Modular Storage-Teil gehen. Haben wir noch was für einen Darko zu machen? Ja! Und zwar 100... Ich hab was zu tun eigentlich. Ja, ich auch. 131 Millionen Millibuckets Lava-Farm. Los! Das hast du, warte. Das wird später automatisiert gemacht. Die Folge läuft 13 Minuten, du hast 7 Minuten Zeit. Wenn du mir die Maschinen gibst vielleicht. Ähm, soll ich dir noch ein Nether-Wing herstellen? Dann scheiß Lava. Wortwörtlich. Ah, genau. Und jetzt kann ich nämlich den Projektor hier herstellen. Mal gucken, was der macht. Ach ja. Ähm, äh, äh. Darko! Ey, lass mein Projektor! Ey, was macht der dir? Der zeigt mir die Koordinaten an. Äh, mit dem Projektor kannst du auch... Warte! Den von Immersive nehme ich immer zum Bauen, der ist auch recht nice eigentlich. Der ist... Das ist der Kartografer von... Ah, hier. Open Blocks. Den wollte ich einfach mal herstellen. Ähm, 1, 2, 3, 4... Was ist noch? Jetzt geht wieder dir flöten. 1, 2, 3, 5 und 6. Was ist los, Olaf? Hm? Was ist los? Ich glaube nicht, dass Olaf... Wischi, du hast so tief Luft geholt. Ich glaube nicht, dass das Olaf war, das war CO2. Ey, Olaf hat Angst. Ich dachte Olaf. Ja, also CO2... Olaf kann ich unterscheiden. Ich habe direkt und dabei ausgehartmet. Oh mein Gott. Das traust du dich? Goldapfel kommt bei Essen mit rein. Hier sind wieder Pflanzen, die kommen da oben mit rein. Wo ist das ganze Telefon? Äh, hier drinnen. Ach so, hast du schon da gefühlt. Ja, ja. Ja, warum nicht? Ja, hab mich nur gerade gewundert. Äh, stopp. Das sind Bauutensilien. CO2, seid ihr von der Questreihe eigentlich schon, ähm, bis zu diesem RF-Fab runtergekommen, oder hast du es einfach nur so schon gebaut? Okay. Ach so, ich wollte die Ena Maschine hier aufbauen. Aber, ich weiß nicht, ob wir hier aufbauen können. Der Vakuum-Freezer, damit wir Tankszen herstellen können. Das heißt, wir werden demnächst, ähm, hier hinten Stromleitungen verlegen müssen. Ach, das wollte ich ja noch natschauen, da war ja was. Ah, okay, der wird so beschissen gemacht. man lasst mich raten der geht in die erde runter und hier ist das ist jetzt allerdings schitteschnitte aber egal setzen wir den 1 nach hinten ich brauche die mensch ja gut kein wunder mit dem flugstakt leiten maximal 1000 rf pro tic das ist nicht nicht also untereinander leiten die unendlich das ist nur was die output und können maschine rein ja das meine ich ja damit das war so haben wir den flug transposer schon war der menschen nee weil ihr braucht die quest wo ich gerade dran hänge mit dem e power für e fab dafür brauchst du für machine facings ich sehe es gerade gut vergiss es hinter der kompletten rfab questreihe ist dings thermal expansions maschinen außerdem mache ich gerade was anderes hier einiges weil du das im inventarst oder raum nein das ist alles in der kiste so jetzt ist die frage was braucht der vakuum fließe an der mitte für block es kann auch sein dass er frei bleibt nee da wird mir was auf jeden fall angezeigt okay das ist so ein ganz normales reinforced machine casing jetzt müssen wir nur noch strom rein einleiten da steht die erste maschine jetzt gucken wir uns den spaß hier an der brauchten wasserblock in der mitte ok der ist auf jeden fall eins höher dann ein zweiter nach vorne mit dir bitte danke der braucht dann ein wasserblock in der mitte musste sie jetzt auch noch mal in die hand nehmen ne ist erledigt hier kommt dann ein wasserblock in der mitte und da unten kommen 9 18 stück davon machine casing ich muss mich eh daran setzen und das machen ich habe nur noch ein einziges äh la di da la di da la di da la di da krass kannst du gut singen was er meinte du kannst gut singen ja da fallen selbst die vögel vom astrodorf ich glaube aber das hat eine andere im sohn an wir haben ein wir haben also wir haben das drei das das wir 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 wie viel von dem brauche ich kriege zwei stück raus zeichn muss 20 erst pro zehn stück mir doch so ich brauche sechs wie fast iron platten ich kriege zwei raus also sechs mal fünf sind 35 36 plattenstand ist sehr schön ich bin mir nicht sicher ob du strom bekommst aber okay so und jetzt darf ich hier die wand einreißen weil dahinter die anderen maschinen kommen hat mir so viel mühe gegeben die wand aufzubauen also das hat er einfach zugebaut was habe ich zugebaut dass wir dich mal die mühe gemacht das stromkabel wieder abzubauen ich hatte ja den händen schon verbunden hier statt ja früher dieser öl die pumpe ja nee das habe ich nicht abgebaut ja deswegen ich wundere mich warum ist deine leitung vergraben ich habe nur gekappt und fertig ja wir können bald tanzten dinge zerstellen ich glaube 9.000 rspotik reicht erst mal oder signalium oder redstone dingsbums haben wir noch nicht werden wir dann später sehen würde ich sagen ich werde das immer nachhinein abgeraden aber für den anfang reicht das sicherlich 2 4 6 8 10 neben dem efab den crafting table besetze ich gerade mal du besetzt gerade beide neben dem efab den crafting table habe ich gesagt ja ich habe von der wand heute was ich brauche fünf ich brauche zehn elektronik zirko jetzt ich habe noch sieben silikon copper gold redstone ich habe aber jetzt eigentlich was eingesammelt silikon copper ich glaube die gehören dir gold redstone wo kommt die denn her die hatte ich immer wieder okay hatte gut das ist gut daraus kann ich diese zirkoi dinger wieder machen haben wir noch silikon ich brauche einen ganzen stack ich stelle gleich einen stack von den dingern her meine frage wie transportiert ihr flüssigkeiten fluid duct oder mit der hand dann werden wir jetzt mal ein paar flüssig dach zerstellen das 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 genau silikon und die platten ah ok das müsste trotzdem passen hier haben wir einen hopper hier haben wir eine kiste ich habe jetzt drunter und drüber eine kiste mit hopper gesetzt da habe ich dann einfach noch die platz rein und gut die maschinen für die maschine wo geht das eigentlich hin wo geht das eigentlich hin latex haben wir eigentlich warum hört das auf vier fünf so ich bin aber jetzt erst mal für heute raus alles klar schönen abend noch ja vor bemerkt eins kleiner weg wird schon seit am voll angeschlossen jaja das wes ich warum hast du es nie gemacht weil ich schon nicht so weit war Weil ich noch nicht so weit war, dann kann ich hier schon mal 6 Stück reinhauen, läuft, das wird jetzt schon mal automatisch hergestellt, teilweise automatisch. Bis zum nächsten Mal.